Los Mann! Komm hier rüber! Das lade nach! Schrotflinte Ist hier noch irgendwo Leute? Oder Kisten oder so Das heißt springen Das war's Superknapp-Magazin Oh! Ja natürlich Nehm ich die Sword damit So Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt Der Sand Du stirbst mir nicht Mann Du musst dich für deinen Scheiß verantworten Komm schon Hör auf Mann Er ist tot Scheiße Scheiße Was ist das? Eine Karte Ich schätze Goulds Einsatzplan Das ist das Gate von dem die Rede war Na und? Gould war sogar bereit dafür zu sterben Logo Ich finde das bedeutet ziemlich viel Ja das tut es Die Frage ist Warum? Ach da liegt eine Panzerfaust Und da liegt eine Munitionskiste Ja Wir sind hier auf dem Präsentierteller Walker Ok vorwärts Bewegung Schön dass man Das auch sieht Da hin Ok Muss nachladen Ach du hast mal eben so ein paar Schuss Kommt hier Feines Ich muss sagen dass das Spiel etwas älter ist Sieht man zwar aber dafür sieht es sau hübsch aus muss ich sagen Es ist zum Kotzen Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben Nicht nur Soldaten und Zivilisten auch Gould Unsere beste Chance hier raus zu kommen Bring dich ab Logo Wir hätten nichts machen können Komm mir nicht mit Abregen Wir haben noch keine Ahnung was wir hier tun Ja ganz recht Wenn du auf Gould vertraust hast du echt keine Ahnung Mann mir reicht's mit dem Scheiß Fick dich Ich tu wenigstens meinen Job Du bist doch der der am liebsten immer abwartet bis ich die ganze Scheiße mache von selbst regelt Meinst du ich sehe gern Menschen sterben? Hä? Meinst du ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf Hä? Schluss jetzt! Aufhören! Alle beide! Scheiße was ist los mit euch? Ihr sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager ihr seid Delta Operators Benehmt euch auch so Also dann Alles klar? Ja Lugo? Ja Sir Gut Also dann weiter Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Wo sind wir hier? Nach Gulls Karte liegt das Gate direkt vor uns. Männer der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben gekostet hat. Doch fasst euch. Denn durch ihr Opfer haben sie Agent Gulls diesen miesen Schurken direkt in die Hölle geschickt. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Riggs und die Männer der Delta Force, sie sind die Nächsten. Ach, wir. Ja, schön. Achso, ja, falls es so hin und wieder mal so zittert. Ja, das bin ich mit meiner Maus. Denn ich habe mich inzwischen an eine sehr empfindliche Maus teilgewöhnt. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bring da mal. Love-Gut-Wixer. Okay, Logo, wer ist unser Gegner? Eine Armee, grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht holen. Wir haben vielleicht keine Wahl, Logo. Man hat immer eine Wahl. Nein, haben wir nicht. Weißer Phosphor. Was ist denn der weiße Phosphor? Du zielst, Walker. Wir Feuer. Wo drauf denn? Wieso? Ich werf erstmal eine schöne Granate rein. Okay, und das war's schon. Ich arbeite dran. Dauert aber länger, als ich dachte. Verdammt, die lassen mich locker. Was soll ich denn machen? Ups, die Waffe verzieht etwas, muss ich sagen. Geh, ne. Nein! Nochmal von vorne. Ich bräuchte dieses 413. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Ja. Hat sich drum gekümmert. Du zielst, Walker. Wir feuern. Ah. Ähm. Nein. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Hier oben. Auf dem Balkon. Na, einbringlinge. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir werden dann soweit. Ach schon. Du musst die RPGs verbreiten. Feuer. Bereit zum Feuern. Bereit zum Feuern. Der RPGs neutralisieren. Ich muss den Feuern auf mein Ziel. Bereit zum Feuern. Feuer. Bereit zum Feuern. Käpt. Ich muss schneller sein. Das ist den Feuern auf mein Ziel. Bereit zum Feuern. Käpt. Ich muss den Feuern auf mein Ziel. Ich muss den Feuern auf mein Ziel. Bereit zum Feuern. Käpt. Feuer auf mein Ziel. ...ist ... ... ... ... ... ... ... oh mein gott das war recht war okay das war's ich will beim geld sein bevor verstärkung anrückt wir haben alle lebendig verbrannt einfach so okay das ist wirklich kein schönes keine schöne motion nicht reden was hast du gesagt er meint der rauch ist wichtig ja klar los kommt weiter locker komm schon mal ich bin jetzt komm jetzt scheiße warum habt ihr euch selbst eingebrockt haben wir jetzt haben wir jetzt alle zivilisten umgebracht sind das zivilisten wo kommen die her hier gibt's kein lager die haben sie aus dem nest verschleppt aus dem hotel an der sturmwand nein 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 das hier können nicht die entführten zivilisten sein unmöglich doch doch sie sind's darum hat gut den laden gestürmt er wollte gar nicht das geld er wollte seine leute retten das ist deine schuld verdammt höre wir uns auslösen aber so ist es er wollte es nicht wie früher keine wahl er hat uns zu verdammten kielern gemacht nein 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 nicht zu schocken wir müssen weiter was hier kommt jeden moment verstärkung an wir müssen weiter aber walker du willst ich sorge dafür dass die schweine büßen für ihre taten also seid ihr dabei oder nicht scheiße ich würde sagen hier mache ich erstmal einen cut für heute und lasst das mal auf euch wirken tschüss bzw. wie ich schweine